Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns die Mission Stunde 0 auf Heroisch an und zwar wenn die Arkus Woche aktiv ist. Das Ganze habe ich ja schon mal erklärt in dem Lehrer Video, also in der Lehrer Woche, das ist hier in der Infokarte verknüpft, da zeige ich den kompletten Lauf, wie man an den Katalysator kommt, wo man durchgehen muss und so weiter und so fort. Hier in der Arkus Woche zeige ich nur ganz kurz, wo die Schlüsselkarten versteckt sind, sind nämlich an den gleichen Stellen versteckt wie bei der Lehrer Woche, der Weg ist auch genau der gleiche wie bei der Lehrer Woche, bei Solar wird es genauso sein. Ich zeige trotzdem kurz, wo die sind, dann zeige ich, wie man das Laufrätsel überwinden kann, da gibt es nämlich einen Unterschied, in der Lehrer Woche gibt es bestimmte Wege, die man gehen muss, in der Arkus Woche gibt es bestimmte Wege und zu guter Letzt das Rätsel, das wir in der Arkus Woche lösen müssen, das hat nämlich andere Kombinationen. Da zeige ich auch kurz die Liste und erkläre nochmal ganz kurz, wie es funktioniert. Nun gut, fangen wir an, wie gesagt, wer den kompletten Lauf sehen möchte in der Infokarte, wäre das noch in der Lehrer Woche verknüpft. Hier haben wir an der genau gleichen Stelle die Quest, die wir annehmen können, um dann eben das exotische Schiff über drei Wochen verteilt zu holen, das heißt wir schnappen uns das Stück hier. Wenn wir die Luke reingehen, dann können wir auch schon die erste Schlüsselkarte holen, die ist an der gleichen Stelle versteckt wie in jeder Woche. Dann die nächste Schlüsselkarte, bevor wir herausgehen zu der Wand, wo wir dann durchspringen müssen, das heißt außerhalb von der Mauer oder in der Stadtinneren Seite der Mauer, haben wir hier hinten das Ganze unten drin versteckt. Und wenn wir bei der Mauer dann durchgegangen sind, haben wir auch wieder in der Ecke die Schlüsselkarte versteckt, da wären die drei auch in der Arkus Woche versteckt. Wenn wir dann den ganzen restlichen Weg gehen, zum Tresor kommen, dann haben wir den Weg, den wir gehen müssen, die Bodenplatten, die ja aktiv gehen, wenn wir das Falsche betreten, dann werden wir getötet. Gut, hier müssen wir auf der ganz rechten Seite nach vorne laufen, dann müssen wir nach links in die Mitte, also genauso wie ich mich hier bewege, ich schieße immer die Platten an, damit man sieht, wo ich als nächstes hingehe, dann müssen wir komplett zurück in der Mitte, dann müssen wir auf die andere Seite rüber gehen und da dann komplett nach vorne laufen. So überwinden wir hier dieses, ja, Rätsel, dieses Schritträtsel, nenne ich es jetzt mal. Nun gut, wenn wir dann in dem Raum angekommen sind, haben wir, wie auch schon aus der Lehrerwoche bekannt, eben in der Infokarte, sondern so verknüpft, haben wir das Rätsel. Wir haben die drei Konsolen, das sieht man hier auf dieser Karte, dann haben wir die 49 kleineren Konsolen, die in den einzelnen Farbräumen versteckt sind und auch hier zahltechnisch angeordnet sind. Dann haben wir auf den Hauptkonsolen die Nummerierung von 1 bis 12 für eine ausführliche Erklärung, übrigens einfach das leere Video anklicken, da erkläre ich das ganz ausführlich, wie das funktioniert. Nun, auch hier müssen wir wieder die Kombination herausfiltern, das heißt, das linke wird zuerst genannt, dann das rechte, dann haben wir eine Kombination von 12, 12 oder 1, 5 oder was auch immer und können dann in dieser Liste hier nachgucken, wer ist das Terminal wir aktivieren müssen, also grün so und so. Blau 7 oder Violett 5, was auch immer. Wie man das Rätsel schon kennt, halt eben einfach mit dieser neuen Liste hier, die ich mal eingeblendet lasse. In der Beschreibung wäre sie sonst noch verknüpft, das Ganze habe natürlich nicht ich herausgefunden, sondern der englischsprachige YouTuber Glad mit seinen Jungs, mit seinen Leuten, die haben diese Liste hier so vervollständigt. Aber wir verwenden natürlich die gleiche, sie ist nämlich super übersichtlich gestaltet. Gut, das war es eigentlich auch schon von der Arcus Woche, ich hoffe das Video hat geholfen, falls ihr ja, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr weitere Videos von diesem Kanal sehen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann.